Ja, liebe Zuschauer, kennen Sie das? Hätte ich gewusst, dass ich irgendwann mal einen Autounfall haben werde, dann hätte ich doch nicht eine Teilkaskoversicherung abgeschlossen, sondern eine Vollkasko. Hätte ich gewusst, dass es heute regnet, dann hätte ich doch einfach meinen Regenschirm mitgenommen. Hätte, hätte, Fahrradkette. Sie kennen das Problem. Man versucht sich immer irgendwie vorzubereiten, geht dann aber doch vom Besten aus und hofft natürlich, dass einem nichts passiert, dass man nicht durch den Regen marschiert und dass auch kein Unfall passiert. Aber heutzutage, egal wie vorsichtig man selbst fährt, man muss immer mit den Fehlern der anderen rechnen. Und genau das ist der Punkt. Und da denken wir zum Beispiel über Ihren Airbag nach. Warum haben Sie ein Airbag im Fahrzeug? Natürlich, wenn man nicht davon ausgeht und hofft, dass Sie einen Unfall haben. Aber für den Fall der Fälle, das ist es dann doch besser, wenn einer integriert ist, damit Sie diese Pufferzone haben. Und genau darum geht es. Um Dashcams, liebe Zuschauer. Und die sind auch für den Fall der Fälle bei Ihnen im Auto. Und Sie haben noch keine? Na, dann wird es jetzt aber höchste Zeit, Verzeihung für Sie, zuzugreifen. Denn wir möchten Ihnen heute verschiedene Modelle vorstellen, sodass Sie natürlich auch die passende Dashcam für Ihre Bedürfnisse finden. Und Ralf, ich würde sagen, ich nehme mich da nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass man einfach heutzutage im Straßenverkehr aufpassen muss, weil es ja auch viele Leute gibt, gerade so mit Smartphones am Steuer zum Beispiel, wo es dann vermehrt zu Unfällen kommt. Also wer regelmäßig unterwegs ist, der weiß, man kommt tagtäglich in kritische Situationen. Zum Glück passiert in den meisten Situationen nichts. Aber wenn mal was passiert, dann gibt es oftmals ein bisschen Streit. Wer war jetzt schuld? Oh, du warst so schnell. Nee, ich hatte Vorfahrt und, und, und. Man kennt das alles hoffentlich nur vom Hörensagen, aber die ein oder andere hat es eben schon mal live erlebt. Und dann ist es doch gut, wenn ich eben Beweisvideos habe. Jetzt muss ich nicht den ganzen Tag hier mit der Kamera in der Hand rumlaufen, sondern das macht man eben mit sogenannten Dashcams. Also das ist wieder mal so ein eingedeutschtes Wort. Dash ist die Kurzform von Dashboard, vom Armaturenbrett und die Cam von der Kamera. Also eigentlich wörtlich übersetzt oder, ja, heißt es Armaturenbrettkamera. Jetzt gibt es ja viele Dashcams, da haben wir auch einige im Programm, die bringt man an der Windschutzscheibe sichtbar an. Jetzt möchte aber der eine oder andere, möchte das gar nicht so offensichtlich machen, eigentlich gar nicht sichtbar, höchstens auf den zweiten, dritten, vierten Blick. Und deshalb haben wir hier für Sie heute in der Sendung drei Rückspiegel-Dashcams. Da ist die Kamera direkt im Spiegel integriert. Und Sie müssen nicht den Spiegel tauschen, nein, dieser Spiegel, egal bei welchem Modell, kommt direkt auf Ihren im Auto befindlichen Rückspiegel. Der wird mit einer Gummileiste hinten festgezogen. Die Montage geht hier ein paar Minuten. Und ich glaube, der Zweck der Dashcams, den hat mittlerweile jeder verstanden. Ich meine, das ist ein Boom, der ist jetzt schon seit ein paar Jahren immer größer im Kommen. Und jetzt ist auch was ganz, ganz Wichtiges passiert. Diese Dashcams waren lange in einer rechtlichen Grauzone. Man wusste nicht, darf man oder darf man nicht? Jetzt gab es am 18. Mai, also noch gar nicht so lange her, ein Grundsatzurteil vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Und die haben ausdrücklich gesagt, dass Videos einer Dashcam in relevanten Fällen vor Gericht als Beweismittel zugelassen werden müssen. Und das ist ein Meilenstein. Und jetzt wird es Zeit wirklich für alle. Und das ist ja eh ein Plädoyer von mir. Jeder Autofahrer sollte eine Dashcam im Auto haben, weil dann würden sich auch die Raser und Drängler nicht mehr trauen, so Gas zu geben. Und das ist jetzt auch der erste Schritt. Hier ist unser Einstiegsmodell. Sie sehen es. Und Vivian dreht es jetzt gleich mal um, dass wir die Linse sehen. Sehr gerne. Oder das Objektiv. Sie sehen also hier diese Gummilaschen. Damit wird es befestigt an ihrem Spiegel. Und dann haben wir das Objektiv. Das lässt sich natürlich je nach Schrägstellung des Spiegels einstellen. Und hier haben wir jetzt im 90-Grad-Objektiv die Möglichkeit, eben jeden Meter, den wir fahren, durch Bewegungserkennung hier aufzunehmen. Und im Fall der Fälle eben wunderschöne, farbige, hochklassige Beweisvideos vorlegen zu können. Und das, liebe Zuschauer, ist total wichtig. Denn ich zum Beispiel, da erzähle ich mal so ein bisschen aus den Mähkästchen, hatte vor zwei, zweieinhalb Wochen knapp einen Unfall. Man denkt ja eigentlich immer, wenn man auf der Autobahn ist, dann jetzt gerade zur Ferienzeit, dann passiert viel. Wenn man viele hunderte Kilometer fährt, da sind ja alle immer besorgt, dass man heil ankommt. Ja, und ich fahre jede Woche, montags zum Beispiel, von der Nähe von Aachen bis ich hierhin nach Burgingen. Das sind knapp 550 Kilometer. Eine ganze Menge. Bisher, wir klopfen auf Holz, noch nie was passiert. Und dann möchte ich an einem Sonntagnachmittag, ui, und da sehen Sie es, einfach mal kurz Burger essen fahren. Und fahre mit Freunden los. Und dann ist es folgendermaßen. Vor uns steht ein Auto, das links abbiegen möchte. Das muss aber kurz warten, weil auf der Gegenfahrbahn noch weitere Fahrzeuge die Straße überqueren. In dem Moment, und ich sage Ihnen, es ging so schnell, hat es hinten einfach nur geknallt. Und mit dem Fahrzeug, quasi mit dem hinteren Aufknall, sind wir noch mal vorne in das vordere Fahrzeug draufgefahren. Ausgestiegen. Die Polizei kam sofort, genauso wie der Krankenwagen, und dann hieß es, wer war denn schuld? Ja, natürlich. Der hintere ist uns aufgefahren, das heißt, der ist schuld. Aber haben wir genügend Abstand gelassen zum Fahrzeug vor uns? Und das sind dann so Dinge, die nimmt man ja gar nicht so bewusst wahr. Und im Endeffekt hätte es sein können, dass natürlich dann der hintere Mann, der uns aufgefahren ist, sagt, Mensch, ihr habt viel zu wenig Abstand gehalten. War letztlich nicht so, Gott sei Dank. Aber trotzdem wäre man dann auf dem Schaden sitzen geblieben. Deshalb macht es einfach Sinn, so eine Dashcam zu haben. Und man ist so voller Adrenalin in dieser Sekunde. Man hat dann selbst vielleicht auch noch Schmerzen. Man hat vielleicht selbst noch die ein oder anderen Wehwehchen. Kümmert sich erstmal darum, wie geht es meinem Partner, wie geht es mir? Ja, dass man sich gar nicht mehr so Gedanken darüber macht, wie es jetzt gerade passiert ist und vielleicht dann auf den Kosten sitzen bleibt. Ja, und das geht so schnell, man kann es gar nicht registrieren. Deshalb gibt es ja auch bei Zeugenaussagen immer unterschiedliche Aussagen. Wir haben gerade eingespielt, vier, fünf, vielleicht auch sechs Unfälle gesehen. Können Sie mir von einem Unfall noch die Autos sagen oder nur die Automarke, die da involviert war? Nein. Aber hätten wir jetzt die Aufnahmen, beziehungsweise könnten es immer wieder anschauen, hätten wir später sogar das Nummernschild. Wir könnten sagen ungefähr, wie schnell der ist. Und so weiter und so fort. Deshalb macht eine solche Dashcam unglaublich viel Sinn, hier ganz einfach zu installieren. Einmal ausrichten und übrigens das Kabel, also wenn Sie Dauerstrom drauf geben möchten, das passt prima zwischen Himmel- und Windschutzscheibe. Weil da ist immer so ein Dichtungsgummi. Und da rein kann man das Werkzeug los installieren. Und somit ist es unglaublich einfach. Und hier mit diesem Preis, würde ich jetzt mal sagen, kann es sich auch jeder leisten. Auf jeden Fall. NX 43,84 und die Fusex 9 zu teuer ist jetzt keine Ausrede mehr. 18,91 Euro. An dieser Stelle auch der Appell. Denken Sie vielleicht an Ihre Familienmitglieder, die noch Fahranfänger sind. Wo man sagt, Mensch, auch da habe ich ein ungutes Gefühl. Da möchte ich einfach hier diese Sicherheit haben. 18,91 Euro. Und gerade auch für Personen, die jetzt schöne Fahrzeuge haben, aber nur eine Teil-Casco-Versicherung. Da ist das natürlich auch ganz toll, wenn man jetzt für 18,91 Euro mal nachrüsten kann. Oder für 37,91 Euro jetzt mit unserer nächsten Dashcam. Denn die hat noch ein paar Extras mehr. Sie entscheiden bitte, welche die richtige für Sie ist. Ja, also hier haben wir wirklich noch etliche Extras mehr, aber da kommen wir gleich dazu. Aber man muss nicht immer vom schlimmsten Fall ausgehen, vom Unfall. Es muss nicht mal jemand Fremder beteiligt sein. Also ich spreche immer wieder von meinem einzigen Unfall, den ich bis jetzt in meinem Fahrerleben hatte. Und zwar einem Wildunfall. Ein Reh. Ja, und ich konnte später, also mein Auto hatte einen Schaden von, ist schon eine Weile her, 2.500 D-Mark, die ich später bezahlen musste, weil ich nicht nachweisen konnte, dass es ein Wildunfall war. Nein. Und sowas kennen wir. Schau mal, Landstraße, wow. Da war ein Reh. Ja, wäre mir das jetzt vor das Auto gelaufen, dann hätte ich einen Schaden gehabt. Aber dank dieser Aufnahmen, schauen Sie da noch mal hin, könnte ich das dann jederzeit nachweisen. Und dementsprechend würde dann die Versicherung das auch ohne Probleme regulieren. Das Schlimmste, was uns eigentlich passieren könnte, der Worst Case, sagt man so schön auf Neudeutsch, das ist, dass wir in einen Unfall verwickelt werden. Unschuldig, das kann uns jeden Tag passieren. Aber aufgrund von falschen Zeugenaussagen oder falschen Eindrücken der Zeugen, sagen wir es mal so, die Schuld zugesprochen kriege. Und ich dann auf meinem Schaden sitzen bleibe, vielleicht sogar noch ein leichter Personenschaden, dann bekomme ich sogar noch eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Und das ist etwas, was mir dann jahrelang nachgehen würde. Unschuldig, zu irgendetwas verdonnert geworden zu sein, das ärgert ein Land. Jetzt haben wir hier noch eine schärfere Aufnahme. Sie sehen schon ein bisschen größeren Spiegel noch. Wir haben hier HD-Qualität bei dieser Kamera und vor allem ein Weitwinkelobjektiv. Hier 150 Grad Weitwinkel mit dem Objektiv, das wieder auf der Rückseite des Spiegels versteckt ist. Aber hier haben wir noch eine Besonderheit. Und das werden Sie jetzt gleich sehen. Der Einbau wieder genauso einfach wie vorher. Also ganz einfach auf den vorhandenen Spiegel draufklippen. Und jetzt anschließend an die 12-Volt-Steckdose, also auch wieder Kabel am besten, wie gesagt, zwischen Windschutzscheibe und Dichtungsgummi reinlegen. Dann wieder die Kamera hier, die Linse ausrichten in Richtung Straße. Aha, da sehen wir, da wird zu schnell installiert. Das geht natürlich auch. Und jetzt haben wir hier aber noch einen Zusatz. Und zwar spielt sich das hinter dem Auto ab. Weil hier haben wir eine eigene Option zur Dashcam noch dazu, die normalerweise eben in Luxusklasse Autos oder als teure Option nur möglich ist, eine Rückfahrkamera, die ich jetzt einfach hinten am Fahrzeug anbringe. Und jetzt richtig installiert, und das ist auch nicht so schwer, wie man annimmt, dann bekomme ich immer, wenn ich den Rückwärtsgang reinmache, bekomme ich das Bild der Rückfahrkamera. Und somit erspare ich mir da auch eine böse Überraschung. Ich glaube, jeder von uns ist im Leben irgendwann mal beim Rückwärtsfahren gegen irgendetwas gefahren. Der eine mit kleinerem Schaden, der andere mit größerem Schaden. Aber das mag ein großer Stein gewesen sein, kleines Bäumchen, Begrenzungspfahl, irgendwas, was man nicht gesehen hat. Und diese Reparatur, selbst wenn es ein kleiner Schaden ist, die kostet gleich mal 200, 300 Euro, wenn es billig ist. Es geht bis in die Tausende. Sie wissen ja immer nach oben, keine Grenzen. Und das kann ich jetzt absolut das Risiko minimieren. Ich kann es sogar ausschalten. Weil wenn ich diese Kamera installiert habe, immer mit dem Einschalten des Rückwärtsgangs, habe ich in meinem Spiegel den toten Winkel normalerweise, also diesen Bereich hinterm Kofferraumdeckel, wo ich ja niemals mit Spiegeln hinsehe, den habe ich hier abgedeckt. Und somit ist Einparken kein Problem mehr. Risiko ist keins mehr da, auch wenn überall solche Steindrümmer da rumliegen. Ja, und das ist ja wirklich so. Also gerade zu Hause, wenn man da einen Parkplatz hat, hat man vielleicht keine Probleme. Wenn man zum Supermarkt fährt, da könnte die Parklücke was eng sein, aber auch das bekommt man gemanagt. Aber, liebe Zuschauer, das Schlimmste von allem ist natürlich, wenn man an irgendwelchen Orten ist. Sie sind jetzt im Urlaub unterwegs, Sie sind vielleicht auch auf einem Städtetrip. Und dann hat man da einfach zum Beispiel Zonen, die man nicht kennt. Und schwuppdiwupp steht da ein Begrenzungsstein, den man gar nicht gesehen hat. Und dann kommt da wirklich ein großer Schaden zustande. Da hat der Ralf schon recht. 37,91 Euro für Ihr Auge hinter dem Auto und vor allem auch vom Auto raus. Das ist wirklich die perfekte Möglichkeit, sich zu widmen für jeden Unfall beziehungsweise für jede Gefahrenstelle, die einfach passieren oder jede Gefahrenzone, die aufkommen kann im Straßenverkehr, sei es beim Rückwärts-Einparken oder natürlich dann letztlich auch beim Fahren. So was ist einfach die Sicherheit, die immer mitfährt. NX 43,75 und die 569 für 37,91 Euro. Alleine Rückfahrkamera in einem Fahrzeug, wenn man da sich ein Auto mal konfigurieren lässt, kostet 300, 400 Euro. Für Sie jetzt ganz einfach nachzurüsten für kleines Geld. 37,91 Euro. Super simpel und schnell gemacht. Finde ich wirklich klasse. Und vor allem, liebe Zuschauer mit den Dashcams, man wird sich ärgern. Sie sehen jetzt die Sendung und dann kommt vielleicht in den nächsten Tagen was. Das ist ein Raser, der drängelt oder ähnliches. Irgendwas, wo sie sich ärgern. Kathi hat das zum Beispiel letztendlich. Die ist hinter einem LKW gefahren und der LKW hat sein Gut nicht richtig gesichert. Und dann sind so kleine Steine quasi von dem LKW runtergefallen und auf ihre Windschutzscheibe gefallen. Überall Steinschläge. Sie direkt zur Polizei. Die haben ihr Gott sei Dank geglaubt. Kathi ist ja auch eine kompetente junge Dame. Aber stellen Sie mal vor, die hätten das angezweifelt. Dann wäre Kathi auf den Schaden einer neuen Scheibe und einer neuen Motorhaube sitzen geblieben, obwohl es gar nicht ihre Schuld war. Deshalb bei einer Dashcam zugreifen. Jetzt sehen Sie natürlich preislich schon einen Unterschied von unseren ersten beiden Kameras zur dritten. Aber Ralf, das hat einen ganz besonderen Grund. Ja, und zwar verschiedene Zusatzoptionen. Und vor allem hier sind wir jetzt im Full HD Bereich der Aufnahmen. Übrigens bei allen drei Spiegel-Dashcams, die wir gerade gesehen haben, brauchen wir ein Speichermodul. Und das ist eben bis 32 GB groß. Jetzt sehen Sie mal gestochen scharf die Aufnahmen. Weil hier hinten dran ist jetzt gerade das Kabel oder meine Fingerabdrücke. Die könnten wir auch sehen. Durch die Frequenz jetzt im Fernsehen könnte es leicht bei Ihnen flackern. Aber das ist im Live-Bild nicht der Fall. Und das ist jetzt was ganz Wichtiges. Ich setze das an und habe hier jetzt jederzeit mein Auto im Griff. Weil, auch wenn es abgestellt ist, hier haben wir eine sogenannte Parküberwachungsfunktion. Das heißt, ich kann hier auf Bewegungssensor bzw. G-Sensor einstellen. Und wenn jetzt eine unnatürliche Bewegung am Auto kommt, also wenn jetzt zum Beispiel jemand gegen mein parkendes Auto fahren würde, würde diese Bewegung, so eine leichte Bewegung jetzt, würde die Aufnahme hier auslösen. Und dann könnte ich den Übeltäter, wenn der dann abhaut, das gibt es ja leider immer wieder, könnte ich den überführen. Gleichzeitig haben wir hier natürlich auch noch eine hochwertige Rückfahrkamera, die sogar LED-Beleuchtung noch für nachts hat. Also zur Unterstützung praktisch des Rückfahrscheinwerfers. Und ich habe hier etwas ganz, ganz Wichtiges. Und das sehen Sie da unten. Sehen Sie den Telefonhörer. Weil hier ist integriert ein Lautsprecher und ein Mikrofon. Das ist auch gleichzeitig eine Freisprecheinrichtung für Ihr Auto. Per Bluetooth, das Smartphone gekoppelt. Und schon, wenn ein Anruf kommt, kann ich in Augenhöhe telefonieren. Ich muss eben mein Smartphone nicht in die Hand nehmen. Das ist nämlich strikt verboten als Fahrer im Auto. Sondern ich drücke hier auf den Hörer und nehme das Gespräch entgegen. Also Sie sehen ein Highlight nach dem anderen. Wir haben hier natürlich diese Full-HD-Aufnahmen. Übrigens in Endlosschleife. Das heißt, immer wenn die Karte voll wäre, würde die ältesten Bilder dann überschrieben werden. Es sei denn, der G-Sensor wird ausgelöst. Also eine unnatürliche Bewegung findet statt. Vollbremsung, Unfall. Dann wird alles rund um diesen Zeitpunkt gespeichert. Natürlich mit Datum und Uhrzeitstempel. Dann kommt die Rückfahrkamera noch dazu, die sich immer aktiviert, sobald Sie den Rückwärtsgang reinmachen. Und hier noch die Freisprecheinrichtung. Und eine Freisprecheinrichtung halte ich übrigens für mindestens genauso wichtig wie eine Dashcam. Denn mittlerweile ist der zweithäufigste Unfallgrund nicht mehr Alkohol am Steuer, sondern das Hantieren mit dem Smartphone während der Autofahrt. Der erste ist immer nicht angepasste Geschwindigkeit. Das wird wohl auch immer so bleiben. Aber Grund Nummer zwei. Und deshalb wird es ja mittlerweile auch so hoch bestraft mit 100 Euro. Es gibt sogar Pläne, die vorsehen, dass man vier Wochen Fahrverbot bekommen soll, wenn man mit dem Smartphone in der Hand erwischt wird. Ich glaube, in anderen Ländern ist das schon weitaus teurer als in Deutschland. Ja, liebe Zuschauer, zu Recht, wirklich. Also so wie es aussieht, auch der Unfall, den ich da hatte, der war eines Smartphones geschuldet, beziehungsweise einer Person, die die Augen, den Blick nicht auf den Straßenverkehr gerichtet hat. Und das ist halt einfach echt fatal. Ich finde diese Rückspiegel Dashcam super. Ralf, du hast es gesagt, gerade auch mit dem Sensor, der integriert wurde, um jetzt zum Beispiel bei einem parkenden Auto, falls es zu einem Unfall kommt, da dann auch die Aufnahmen zu haben. Auch das passiert öfter, dass da einfach mal jemand auf einem Parkplatz, es ist dunkel bei Nacht, vielleicht ein bisschen aneckt und dann schnell wegfährt, hat ja keiner gesehen. Hier ist dann alles auf Kamera und somit haben Sie wirklich die perfekte Sicherheit. Für 123,41 Euro mit der NX 43,22 und der 569. An dieser Stelle kleiner Tipp von uns an Sie. Ab 150 Euro übernehmen wir die Versandkosten für Sie. Das heißt, vielleicht finden Sie ja in den 5-Euro-Überraschungs-Shows noch den einen oder anderen Artikel, der Ihnen gefällt. Sie dürfen natürlich jederzeit im Callcenter anrufen, weil Ihre Bestellungen über den Tag verteilt gesammelt und zusammengefasst werden. Und dann kommt das Ganze versandkostenfrei zu Ihnen. NX 43,22 und die 569 für eine Dashcam der absoluten Extraklasse. So, jetzt hatten wir bei allen drei Kameras natürlich auch von der Speichermöglichkeit gesprochen. Wir brauchen eine Micro-SD-Karte und wenn Sie keine zur Hand haben, bitte auch eine nehmen, die die Schreibgeschwindigkeit ausreichend hat. Dann haben wir jetzt noch ein gesondertes Angebot für Sie. Aber während wir das Overlay hier noch oder die Grafik sehen von der Kamera, kann ich Ihnen noch eins sagen, bevor wir jetzt zu dieser Karte kommen. Versicherungen haben schon angekündigt, also Kfz-Versicherungen, dass Sie ganz einfach das auch rabattieren werden. Das heißt, für alle, die eine Dashcam im Auto haben, die zahlen dann weniger Versicherung. Mal schauen, wann sich das durchsetzt. Aber hier, was wir brauchen, ist natürlich das Speichermodul, Micro-SD-Karte, natürlich durch den Adapter auch als SD-Karte zu verwenden. Und Sie achten bitte immer auf das, Klass 10 und eine hohe Schreib- und Lesegeschwindigkeit. Und hier haben wir die Größe, 32 GB, ein Markenprodukt von Samsung. Und 32 GB für 18,91 Euro bestellt man sich gerade mit dazu. Selbst wenn man keine Dashcam bestellt hat, weil diese Karte, die ist ja heutzutage eben der Träger für viele Informationen. Smartphones, Tablets, Kameras und so weiter und so fort. Also so eine kleine Speicherkarte, die kann man immer gebrauchen. Mit der ZX2558 und der 569 bei Ihnen im Warenkorb. Wichtig, zu jeder Dashcam bitte dazu bestellen. Wir hören, dass Sie schon fleißig bestellt haben. Das ist uns natürlich besonders wichtig, dass Sie einfach maximale Sicherheit im Straßenverkehr haben. Und an alle Zuschauer, die jetzt nochmal nachgefragt haben. Ja, Ralf hat es gesagt, diese Micro-SD-Karte darf natürlich auch separat bestellt werden, unabhängig von einer Dashcam. Wenn Sie jetzt gerade auf der Suche nach einer sind, für Ihr Smartphone, für Ihre Digitalkamera zum Beispiel oder vielleicht auch einfach für das Auto, weil Sie sagen, ich möchte Musik drauf spielen. Gar kein Problem. In die Leitung gehen. 18,91 Euro, Ihr TV-Sonderpreis. Wenn Sie an die 569 am Ende der Bestellnummer denken, ZX2558 und die 569. Markenqualität aus dem Hause Samsung. Tolle, tolle Produkte und vor allem maximale Sicherheit. Ja, absolut. Also Speicherkarte muss unbedingt dazu. Und das Schöne ist, das nochmal mit dem G-Sensor. Weil der Gesetzgeber hat bei dem Urteil, also der Bundesgerichtshof gesagt, man darf kurzfristig aufnehmen, diese bei einem Unfall auch sichern. Aber andere Aufnahmen, um die Persönlichkeitsrechte nicht zu verletzen, müssen wieder gelöscht werden. Und das passiert bei diesen Endlosaufnahmen auf diesen Karten, weil eben dann genau, wenn die Karte mal voll ist und in Full HD passiert das nach ein paar Stunden, dann werden die ältesten Aufnahmen wieder überschrieben. Und damit komme ich natürlich diesem Gericht, was der Bundesgerichtshof gefällt hat, nach. Also eine tolle Sache. Und jetzt eben zu den Dashcams, bitte noch die MicroSD-Speicherkarte dazu bestellen. ZX-25, 58 und die 569 für 18,91 Euro greifen Sie dazu. Wir hören aber, dass Sie sich natürlich auch sehr für die Dashcams interessieren und dass Sie vielleicht noch die ein oder anderen Probleme haben, richtig zu entscheiden, welche denn bei Ihnen im Auto hängen darf. Deshalb würde ich sagen, fassen wir für Sie einfach nochmal zusammen, damit Sie jetzt die Entscheidung treffen können und dann auch gleich bestellen. MicroSD-Karte ist sowieso schon bei Ihnen im Warenkorb. Jetzt geht es um die richtige Dashcam. Wir haben deshalb nochmal die Zusammenfassung für Sie, welche denn dann die richtige ist, dann in die Leitung gehen. Und begonnen haben wir Kleinunfall für 18,91 Euro mit unserem ersten Modell. Ja, unser Einstiegsmodell hier mit einer tollen Aufnahme, natürlich auch mit Bewegungssensoren, wenn Sie das möchten, dass nur bei Bewegung, also wenn Sie losfahren, die Kamera auch startet. So haben Sie jeden Meter unterwegs und unbedingt raten, also ich würde es ja jedem Autofahrer sowieso empfehlen, eine Dashcam zu haben, aber unbedingt raten, für alle, die es mal ausprobieren möchten, ist das was für mich, komme ich damit klar mit den Einstellungen, dann ist das natürlich wirklich das Modell, mit dem ich das ausprobieren kann, ohne dass ich viel Geld investieren müsste. NX 4384 und die 569. 18,91 Euro ist jetzt wirklich nicht viel Geld, das investiert wird, aber vor allem viel Sicherheit, die Sie dafür bekommen, um für den Fall der Fälle einfach gewappnet und gerüstet zu sein. Sie haben immer einen stillen Zeugen, einen Beifahrer, der einfach ein Auge auf der Straße geschehen wirft und das ist sehr, sehr wichtig. 18,91 Euro, unser Bestseller übrigens, bei diesem Spitzenpreis absolut verständlich, wird auch gern für Kinder und Enkel mitbestellt. Dann hatten wir aber noch ein kleines Plus in unserem nächsten Modell. Ja, hier jetzt eine HD-Auflösung und das ist natürlich jetzt schon wieder, bei der ersten übrigens eine VGA, auch eine sehr gute Auflösung, hier HD inklusive der Rückfahrkamera, also endlich mal keinen toten Winkel mehr und das eben jetzt auch bei einem Kleinwagen oder bei einem Mittelklassefahrzeug, was normalerweise der Oberklasse vorbehalten ist. Und jetzt nochmal ganz, ganz wichtig, wer einen Urlaub geplant hat, in Frankreich, Spanien, Italien, egal wo, dort durch mit einem Auto hinfahren, also unbedingt eine Dashcam rein, weil wenn es dann mal zum Unfall kommt, ist es nicht nur eine brenzlige Situation, sondern es gibt auch noch die Sprachbarriere und dann können wir sagen, Bilder, die sprechen mehr als tausend Worte. 37,91 Euro, das ist Ihr TV-Sonderpreis. NX-4375 und die 5669, die Bestellnummer, die auch tausend Worte spricht. HD-Rückspiegel-Dashcam mit Rückfahrkamera, super optimal, auch für die Personen, die sagen, ich habe Probleme beim Rückwärtsfahren, weil ich mich gar nicht mehr so nach hinten lehnen kann, um zu schauen, was da hinter mir eigentlich so ist. Toller, toller Tipp. Aber Rückspiegel-Kamera, Rückfahrkamera, dabei bleiben wir, aber es kommen noch weitere Optionen mit dazu. Ja, schon allein von der Bildauflösung, hier sind wir jetzt bei Full HD, also die höchstmögliche Auflösung hier bei unseren Dashcams. Wir haben zusätzlich natürlich auch noch eine Parkwächter-Funktion. Wir haben hier ebenfalls die Rückfahrkamera mit im Lieferumfang enthalten und wir haben gleichzeitig noch in den Spiegel integriert, Mikrofon und Lautsprecher als Freisprecheinrichtung. Das erkennen wir dann auch am Telefonsymbol. Also einfach mein Smartphone per Bluetooth verbinden. Einmal macht man das, dann erkennt der Spiegel praktisch Ihr Smartphone immer wieder, wenn Sie einsteigen und dann komme ich auch gar nicht in Versuchung, mein Smartphone während der Fahrt in die Hand zu nehmen, sondern ich telefoniere dann mit in Augenhöhe, mit meinem Spiegel. NX 4322 und die 56900, 23,41 Euro TV-Sonderpreis. Ab 150 Euro wird Versandkosten frei geliefert. Wir fassen Ihre Bestellung sowieso über den Tag verteilt zusammen. Schauen Sie da in den anderen Sendungen noch nach und bestellen Sie. Und denken Sie an unsere Speicherkarte, die Micro-SD-Karte aus dem Hause Samsung auch für 18,91 Euro. Bitte zu jeder Dashcam dazu bestellen, falls Sie noch keine zu Hause haben. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle natürlich eine gute und sichere Fahrt, dass Sie Ihre Dashcam nie brauchen werden, genauso wie Ihren Airbag, aber dass Sie für den Fall der Fälle natürlich gerüstet und gewappnet sind. Dass, falls Sie mal Zeuge werden oder falls Sie mal irgendwie verwickelt werden, Sie da ganz einfach immer den stillen Zeugen haben, der nicht voller Adrenalin ist, der keine Angst bekommt. Und damit Sie sich nicht denken, hätte ich mal, hätte, hätte, Fahrradkette. Sie erinnern sich an den Spruch, jetzt haben Sie es. Viel Spaß, gute Fahrt.